Wie war das? Mir reicht's, ich gehe backen. Genau das tue ich jetzt auch. Hallo meine lieben Fans, ich begrüße euch recht herzlich in meiner kleinen Backstube. Ich mache heute einen Pellwormer Erdbeerbienenstich. Habe ich noch nie gebacken, aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Wir kommen gleich zu den Zutaten. Hier sind die Zutaten. Und zwar braucht ihr 4 Eier. Im Rezept steht 200 Gramm Zucker. Ich nehme nur 150 Gramm Zucker. 100 Gramm Mehl und einen Teelöffel Backpulver. Den tue ich hier gleich rein. So, das war's. Eine Rührschüssel und meinen neuen Mixer. Man kann nicht viel sehen, aber das Kabel reicht nicht. Egal. Ich schlage jetzt die Eier da hinein. Das vierte Ei. Das soll jetzt 5 Minuten geschlagen werden. Mit der neuen Maschine natürlich. Versteht sich ja von selber, oder? So. So, dann fange ich den mal an. Ich gucke schon mal ein bisschen weiter rüber. Und bin hier in Gange. Jetzt wird der Zucker eingerührt. Wir lassen ihn rein. Wir lassen ihn rein. Fertig. So, jetzt noch mal einmal Turbo. Da mach das mal einen Augenblick mal stehen lassen. So, ich werde jetzt mal... Ich habe hier das Mehl. Und zwar 100 Gramm, habe ich erzählt. Und einen Teelöffel Backpulver drin. So, wenn das jetzt ein bisschen abge... So, wenn man nicht so auskommt, ne? Okay, dann wird es mal ein bisschen weggewischt. Alles nicht das Problem. Weiter geht's. Jetzt kommt das Mehl da rein. Das heißt im Rezept, man soll ihn mit einem Schneebesen unterheben. Das mache ich jetzt auch. In der Zwischenzeit mache ich mal eben kurz den Backofen an. Ich nehme Heißluft. Und 160 Grad. Gut. So, jetzt geht's an. Unterheben. So, jetzt werde ich jetzt den Rest noch runterheben. Wenn ich fertig bin, komme ich wieder. Jetzt kommt die Masse in die Springform. Jetzt heißt es im Rezept Butterflöckchen drauf machen. Ich nehme mir mal ein Messer. Ich habe hier jetzt kalte Butter. Da mache ich jetzt mal ein paar Dinger drauf. Da fehlt noch was. Da fehlt noch was. So, und dann... Kommt laut Rezept eine Tüte Vanillinzucker. Und da kommen jetzt 100 Gramm kurbelte Mandeln drauf. Die werden wir jetzt mal darauf verteilen. Sieht ja schon mal nicht schlecht aus, ne. Ich lasse mich jetzt mal einfach überraschen, was daraus wird. Und dann sehen wir uns weiter wieder. So, er war jetzt... Ich habe ihn 20 Minuten drin gehabt. Habe ihn mal angepiekt und er ist gut. Der muss jetzt auskühlen. Und wenn er ausgekühlt ist, wird er geteilt. Ich lasse euch natürlich dabei zuschauen. Ist ja wohl klar. Ich habe den Rand mit diesem Teil von der Backform etwas sauber gemacht. Und der kommt jetzt auf den Balkon. Und dann kühlt er erstmal aus. Bis dann. In der Zwischenzeit, wo der Kuchen abkühlt, putze ich die Erdbeeren. Im Rezept steht halbieren und vierteln. Ich werde die Erdbeeren würfeln, weil es sich besser gewürfelt, der Kuchen, wenn er fertig ist, schneiden lässt. Wenn sie denn gewürfelt sind, zeige ich sie euch fertig. So, hier sind 550 Gramm. Also im Rezept stehen 500 Gramm, aber ich dachte, die 50 Gramm, die müsst ihr alle auch noch mit reintun. Um die jetzt ein bisschen süßer zu machen. Der Pfeffer hat sich einen gefunden. Hier sind die Erdbeeren. Und jetzt kommt hier ein bisschen... Moment. Okay. So. So, jetzt muss man umrühren. Nicht wahr? Die sehen dich nicht, Scheiße. Warum nicht? Ja, wenn du sagst, nicht wahr, mit dem Kopf nix, sie sehen dich doch gar nicht. Ja, ist ja egal. Also, Pfeffer. Pfeffer lässt die Süße der Erdbeeren ein bisschen mehr hervortreten. Könnt ihr ruhig probieren. Intensiviert den Geschmack. Das ist so wie bei den Tomaten. Der Zucker, genau. Liebe, ich hole euch mal ein bisschen weiter ran. Und ein bisschen rüber schieben. So. So sieht er jetzt aus. Und jetzt muss ich ihn teilen. Ich habe ein bisschen überlegt, weil er ist ein bisschen in der Mitte, ein bisschen eingesackt. Ich probiere es jetzt mal, ihn erstmal einmal unten einzuschneiden. Na gut. Aber mit dem Messer komme ich nicht klar. Das scharfe Messer nehmen. Ob ich da mehr erreiche. Ich bin gleich rum. Und dann nehme ich natürlich den Zwirmsfaden. Dann nehmen wir den Zwirmsfaden. Und mal ganz knapp anlegen. Ich hoffe, es wird was. Weil ich habe den auch noch nicht gemacht. Der hat mir so gefallen. Und ob ich durchkomme. Und wir werden es sehen. Wird so. Ich bin schon ganz unten angegangen. Aber so einen Kuchen durchschneiden. Das ist gar nicht so einfach. Also versuchen wir es nochmal hier mit dem Messer. Ja, also ich glaube ich den nochmal mache. Aber das weiß ich noch nicht. Also ich bin noch ein bisschen am verzweifeln. Aber da seht ihr. Das war es dann eigentlich. Ja, was machen wir jetzt? Man weiß sich ja zu helfen, denke ich mal. Und wir brauchen jetzt erst mal. Moment. Man muss sich nur zu helfen wissen. Ich habe den Teig, also den Deckel umgestülpt. Und habe hier ein bisschen rausgeschnitten und reingelegt. Was anderes weiß ich nicht. In dem Rezept stand ich auch nicht bei, was für eine Größe der Backform. Es wäre dann vielleicht doch angebracht gewesen. Ich hätte vielleicht eine kleinere Backform genommen. Ich weiß es nicht. Ich kann es jetzt nicht wirklich sagen. Woran es nun wirklich gelegen hat. Durchgebacken ist er auf jeden Fall. Okay, wir kommen jetzt zur Füllung. Wir kommen jetzt zur Füllung. Im Rezept steht drin, ein Becher Sahne. Ein Becher Sahne hat 200 Milliliter. Und dann nochmal 200 Milliliter Milch. Hier im Rezept steht drin, von der Paradiescreme, 300 Milliliter Milch. Ich mache es jetzt so, dass ich jetzt 200 Milliliter Milch nehme und 100 Milliliter Sahne. Die müssen jetzt angeschlagen werden. Das muss jetzt dann da rein. Und dann muss es angeschlagen werden. Bis gleich. Jetzt hier die Sahne mit der Milch verbunden. Zusammengeschüttet. Quatsch verbunden. Jetzt mache ich hier die Paradiescreme auf. Habe meine Maschine. Das seht ihr ja. So, und dann heißt es dann im Rezept nicht zu steif. Schlagen. Moment, nicht ganz so fest werden lassen. Okay, also wir schlagen das mal rein. So, da kommt der große Augenblick. Ihr habt ja gesehen, das hat also nicht ganz hingehauen. Ich habe ein bisschen das Loch zugemacht. Ging nicht anders. Da mache ich jetzt den Tortenring drumrum. Ach, jetzt kommt der erste Teil der Stracciatella-Creme. Ja, ist... Was haben wir denn hier Feines? Wir haben doch hier so was Feines. So was Feines haben wir da drauf. Das packen wir da mal wieder rein. Und jetzt kommen die Erdbeeren da drauf. Und dann wird das übrig? Nein! Da darfst du jetzt ein bisschen was von probieren. Wie kommt das denn noch ruf? Ja, das kommt doch da noch drauf. Achso, nur ein bisschen probieren. Ja, nur ein bisschen probieren. Du wolltest ja nur mal ein bisschen probieren. Mh, lecker! Mh, arbeitest du mit deinem neuen Werkzeug? Der dreistell muss. Da kommt ja die Deko... Der... Der ist ja... So. Jetzt geht's an. Na geht doch. So. Fertig. Der... Ja. Nicht so geworden, wie ich gedacht habe. Okay. Dann... Sieht man es später. Kühlt er sich, kühlt er jetzt erstmal ordentlich durch. Die Creme wird dann hoffentlich irgendwann mal fest. Und wir sehen uns wieder. So, ihr Lieben. Der Kuchen hat jetzt eine Nacht durchgezogen. Er ist fertig. Aussehen tut er gut. Wenn er jetzt natürlich auch noch schmecken würde, wäre es natürlich noch besser. Update, wie er uns geschmeckt hat, kommt. Auf jeden Fall. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wir hängen am Ende des Videos, hängen wir ein Bild rein, wie er ausgeschnitten aussieht. Aufgeschnitten aussieht, ja, ganz genau. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Und was sagen wir? Immer wieder gerne. Tschüss. 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 Tschüss.